Einsatzvorbereitung, das multinationale Chor Nordost bei der Übung Crystal Eagle in Dänemark. Neewinde gab 9 Uhr. Vor den Resten des Zweiten Weltkrieges trainiert das multinationale Chor Nordost aus Stettin auf dem Truppenübungsplatz Oxböhl für den Einsatz. Rund 1200 Soldaten aus 18 Nationen nehmen an dieser computergestützten Übung teil. Die taktische Ausgangslage entspricht Afghanistan, auch wenn das Land fiktiv ist. Beübt werden die Führer und ihr Unterstützungspersonal. Warum, erklärt der Chorkommandeur. Das multinationale Chor Nordost hat auf der Grundlage der Dokumente, die 1999 zwischen den Nationen Polen, Deutschland und Dänemark gezeichnet wurden, die dreijährige Verpflichtung, eine solche Übung für assignierte, Affiliierte, ich sag's mal in verständlicher Sprache, in zugehörigen Truppenteilen durchzuführen. Dieser Verpflichtung kommen wir sehr gerne nach. Es ist ein Training und eine Ausbildung, das vier Brigaden in unterschiedlicher Nationalität auf die Einsätze vorbereitet. Der Stab des Chors führt mit einem Haupt- und einem beweglichen taktischen Gefechtsstand vier Kampftruppenbrigaden sowie diverse Unterstützer. In der realen Welt würden sie somit rund 15.000 Soldaten im Gefecht gegen irreguläre Kräfte führen. Im zentralen Hauptgefechtsstand laufen alle Fäden zusammen. Hier wird nicht nur die Feindlage, sondern auch alle eigenen Bereiche wie Luft- und Artillerieunterstützung, Logistik, eigene Bewegung und die taktischen Planungen für den Kommandeur zusammengeführt und aufbereitet. Lageänderungen werden im System Schafran, einem taktischen Führungssystem der polnischen Streitkräfte, eingespielt. Es ist vergleichbar mit dem Führungs- und Informationssystem Heer der Bundeswehr. Wie leistungsfähig das System ist, erklärt einer der Verantwortlichen. Man kann zum Beispiel ein Tool aufmachen, das ist für Nachtaufnahme, Infrarot. Das hilft den Nutzer, bei Nachtaktionen zu sehen, wie die taktische Karte aussieht bei Nacht. Zum Beispiel Täler, Flüsse und Gebirge. Eine zweite Option wäre die Reliefanzeige. Mit denen kann man halt sehen, wie die Höhenunterschiede sind in den einzelnen Gebieten. Die nachgeordneten Brigaden und Bataillone haben dann auf ihren Gefechtsständen anhand der Lage, mit ihren Truppen zu reagieren. So entsteht ein Wechselspiel aus Aktion und Reaktion zwischen den verschiedenen Führungsebenen, die so Erfahrungen sammeln können, ohne dass dazu echte Soldaten ihr Leben riskieren müssen. Die Datenübertragung findet wie im Einsatz über HF-Funk und Satellitenkommunikation statt. Neben den taktischen Grundlagen liegt der Schwerpunkt auch in der multinationalen Zusammenarbeit. Obwohl die Verfahren und die Sprache durch die NATO-Zugehörigkeit vereinheitlicht sind, gibt es immer auch kleine nationale und persönliche Unterschiede. Nach einer Woche zieht der Kommandeur nicht nur im Rahmen der taktischen Übung ein positives Resümee. Es ist eine Stimmung hier in dieser Übung, wo ich feststellen kann, die Leute lachen, die Leute haben Spaß. Die unterschiedlichen Nationen kommen zusammen, arbeiten zusammen, versuchen ernsthaft ihre Ausbildungsziele zu erreichen, insbesondere die Prozesse zu erfassen. Und das ist eine Situation, über die ich mich sehr freue, denn es ist nicht nur Belastung, es ist nicht nur Mehrarbeit, es ist nicht nur manchmal auch Stress, sondern es ist auch Freude an der Übung. Und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst der Host Nation, dem Land Dänemark, zu verdanken, die hier einen Rahmen herstellt, den wir nutzen können, um unsere Ziele zu erreichen. Insofern ist die Übung Crystal Eagle in mehr als einer Hinsicht eine echte Investition in die Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017